Und damit willkommen zurück zum Let's Play von ETS 2. Das ist hier gerade voll der Mega-Verkehr und Staubsauger sind ja auch am Start. Jo, ich denke mal, wir können unseren Weg fortsetzen. Äh, Feststellbremse vielleicht. Jude, das muss man so gucken, dass er da irgendwie... Sieht ja nicht so rosig aus. Ja, dann bleiben wir hier, komm. Dann bleiben wir da, wo wir anhalten müssen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Dann starten wir mal ganz gemütlich hier und heute immer noch auf dem Weg nach. Bilbao! Auf die Straße gucken, Josch. Also, ist es eine Idee, oder soll man die über den Haufen werfen? Die Frage ist, wenn du das über den Haufen werfen willst, wie groß darf der Haufen sein? Nee, wirklich, das ist eine interessante Frage. Also je nachdem, wie hoch man wirft. Und man wirft, glaube ich, sehr hoch. Ich glaube, bis zu 5 Meter kann er hoch sein. Ich werfe super hoch noch, super weit. Ich werfe sehr kraftvoll. Nein, ich werfe wie so ein Mädchen. Jetzt ist es raus. Heute ist der Tag der... Hast du was gegen Mädchen gesagt? Darf er das? Darf er nicht? Okay. Ich muss mir was anderes überlegen. Was könnte man denn noch schreiben? Weil ich bin auch ein Mädchen und ich werfe ganz gut. Ja, ich bin kein Mädchen mehr, finde ich gut. Die Frage ist, was sagt die Statistik? Und wer ist die Statistik, kann man die fragen? Ist sie weiblich? Die Erde ist weiblich, wusstest du? Hm. Wie alt her, oder? Ja, die Erde halt einfach. Ja, überall, glaube ich sogar. Ja, außer im Englischen. Ja, die Engländer machen das echt gut. Ich bin so stolz. Ja, der die das. Die Erde. Die Earth. Die Erde, die Tasse. Ja, weil das ein lebendes Objekt ist. Eigentlich einfach alles nö. Der Schnuffi. Der Schnuffi. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Oh, das ist aber streckenmäßig. Oh, wir dürfen gar nicht Schnuffi sagen. Es ist aber noch nicht Hase. Der Hase. Ach man, Gronkh und Pandoria sind so cool zusammen. Ich fahre ein bisschen schnell, oder? Nein, ich finde es ganz gut. Boah, das ist der LKW, den Gronkh auch gefahren ist, wo er ETS-Gronkh hat. Gronkh. Ihr macht voll Gronkh nach, ihr fahrt auch ETS. Ihr macht voll Gronkh nach, ihr fahrt auch ETS. Wir fahrt das aber schon ein bisschen lecker. Da hat Gronkh uns nachgemacht. Und schau mal, wir machen auch Gronkh nach. Wir werden jetzt auf der einen Seite immer so hell. Boah, in welchem Projekt war das? Und ihr habt Haare und Kopfhörer. Ne, wir haben Kopfhörer, das ist heftig. Und wir nehmen Let's Plays auf. Und wir atmen. Darf er das? Ja, das finde ich aber beruhigend, dass ich das noch darf. Das müssen wir nur schauen. Das hat gerade so geschnufft. Ja, es hat geschnufft. Jetzt nicht mehr. Ja, es hat Geräusche gemacht. Das sieht aus HTML. HTML, ja, wir lieben HTML. Ja, super. HTML 5. Im Walde von Toulouse. So, das müssen wir nur ganz wichtig schauen. Ich glaube, Sellspur geht weg. Ah ne, die bleibt da. Hä? Das ist ja interessant hier. Das ist ja höchst spaßig. Aber es ist ein schönes Kreuz. Guck mal, unten in den Navi. Wunderschön. Ne, aber das bedeutet, dass das ja auch gewissermaßen so ein Stück mit Verkehrsfläche und so. Stück. Oh, ich finde das so schön ausgestaltet. Ach, das ist echt schick. Fahren wir mal gemütlich, ne? 80 ist sehr gemütlich. Also, ich finde das echt und auch die Straße, die da hinten lang läuft, an dem Haus. Und le Berge. Hinter den Hügeln von Toulouse. Da herrscht ein Räuberpark. Im Walde heißt es doch. Ja, und das Haus auch nicht. Also, es herrscht auch nicht das Haus. Hä, aber heißt Berg nicht... Mord? Ja. Ja, le Mord. Ja, ne, le Mord, da gibt es die 24 Stunden. Na, kann dir das schon kurz wieder was drüber erzählen? Die 24 Stunden von Le Mord. Ja, aber... Aber ist ein Bus? Wie spricht man das dann aus? Äh... Mord. Keine Ahnung, ich bin nicht so gut. So musst du die Google-Übersetzer-Tante fragen. Oder du musst es in so Linguatec eingeben. Nächste Haltestähle, die dein Sohn misst dann raushaut. So, das möchte ich gerne überholen. Also, auf Spanisch heißt es Montagna. Ah. War hier LKW-Überholverbot? Weiß ich nicht. Ich würde ganz gerne ein bisschen ihm vorbeischleichen. Mach, mach, mach. Zieh, zieh, zieh. Sag das, aber ich überhole mit dem Duff. Da, 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 da. Weil guck mal, das ist auch so ein komischer Mickriger. Ich hoffe nur, dass ich ihn nicht abfahren muss. Ne, aber es gibt doch wirklich echt assige LKW-Fahrer. Esch assisch, ey. Esch assisch, ne? Es gibt Leute, die so richtig Kollegen freundlich sind, ne? Es gibt Leute, die so richtig Kollegen schweinig sind. Schweinig. Schweinig. Schweinig wie der Steiger. Aber der ist aber auch nicht mehr aktuell, oder? Also, der ist nicht mehr so up to date, der ist ja nicht mehr in, oder? Der ist jetzt in USA. Ja, mein ich jetzt. Jetzt ist er ja nicht mehr so aktuell. Oh, guck mal, aber hier ist voll, voll cool. Vielleicht, wenn der Mandarinenmann mal zu einem Spiel kommt, was bestimmt nicht sein wird, aber vielleicht, wenn der Mandarinenmann mal zu einem Spiel kommt, dann kickt der Herr Steiger den Ball mal so hoch, dass der Mandarinenmann mit ihm kollidiert, mit dem Ball. Und dann ist der Mandarinenmann vielleicht ganz nett. So Gesehnungswechsel. Ach so, ein Schlag auf den Hinterkopf erhöht das Denkvermögen. Jetzt bin ich bestimmt viel schlauer und ein Biss in den, in den, in den, wie heißt das, das Schulter auch. Was ist denn da vorne jetzt eigentlich für eine Party? Der LKW da vorne kommt nicht vom Fleck. Ja, soll er machen. Motor abgewürgt oder so bei Automatikschaltung. Das habe ich auch schon geschafft. Nee. Doch. Wann? Meine Fahrstunde mal. Ja, Automatik. Nein, Automatik. Ich bin noch nie in meinem Leben Automatik gefahren. Ich habe das erste Mal in meinem Leben, wenn ich Real Life... Gut. Aktives Mobbing nennt man das, glaube ich. Indem ich wirklich Dings hier, ähm... Jetzt zieht der Rote raus. Kinders. Jetzt tun wir ja alle Spuren blockieren. Nämlich Automatik fahren. Das wird eventuell ein Citaro sein. Hat er nicht gesagt. Ich muss da lang. Warum ist hier eigentlich keiner? Ach, hier dürfen wir gar nicht durchheizen. Hier müssen wir überall anhalten. Nun ja, aber bei mir in der Fahrschule war das gang und gäbe, dass man beide Autorichtungen... Bei mir hieß es, die lernen Schaltwagen. Die lernen Schaltwagen. Die sollen schalten werden. Ja, und bei uns hieß es beides. Ja, aber das ist ja nicht... Ist das anders? Außerdem ist Automatik super für Leute, die zum Beispiel Spurhaltungsprobleme haben. Dass man mit denen auch mal guckt. Ich habe auch hier im Let's Play mit Automatik gar keine Spurhaltungsprobleme. Naja, aber es hilft dir, dass du dich komplett auf die Straße konzentriert. Es ist bei Fahrschülern echt so. Und ich war so ein Fall, ich habe die ersten paar Male dann auch den Automatik deswegen bekommen. Also ich finde das voll... Ich finde das voll... Es hat er nochmal gepupst. Ich finde das voll entspannt, nebenher zu schalten. Ich auch. Sonst komme ich ein bisschen nutzlos vor. Ja, du spielst auch schon länger Omsi, verstehst du? Ich davor ja nicht. Was hat Omsi damit zu tun? In Omsi lernst du viel zu schalten, nebenher zu gucken. Aber nur wenn du die richtigen Busse fährst, mit richtigen Dingen. Weil ich muss ehrlich sagen, wenn du zum Beispiel... Also beispielsweise... Also alle Schaltgetriebe-Skripts, die vom O305 abgeleitet sind. Kennt ihr ja O305. Da gibt es ja einige Busse, von denen der in das Schaltgetriebe-Skript benutzt wird. Wie zum Beispiel die ganzen Busse vom Perotinus. Oder... Bestimmt auch noch andere. Aber gerade die Busse vom Perotinus, die haben... In echt eine super Umsetzung eines Schaltgetriebes. Ich weiß jetzt nicht, wie das in einem Bus ist. Aber ich kann das nur vergleichen mit einem normalen Autoschaltgetriebe. Und da habe ich ja auch schon einige verschiedene unter dem Fuß gehabt. Und da muss ich ehrlich sagen, die sind... Von den Schaltpunkten her und generell so vom Fahrverhalten her... ...sehr, sehr geil getroffen. Und vor allem, die fahren sich alle ein bisschen anders. Das ist so der O305, da schaltet sich anders als das O407 zum Beispiel. Also das ist echt klasse. Also wenn wirklich so ein bisschen auch... Bei wem jetzt vielleicht in den nächsten Monaten oder Jahren mal die Fahrschule ansteht... ...und der so ein schniekes Lenkrad mit Gangschallungshebeln da rumstehen hat... ...fahrt wirklich mal Schaltwagen. Gerade so der O307, O407... Es bringt echt was. Es bringt echt was. Ich hatte das vorher noch nicht gemacht. Und ich habe in der Fahrstunde... Gut, ich habe jetzt nicht so viele Stunden gebraucht, die ich haben machen musste. Aber es kann trotzdem echt, echt hilfreich sein. Was jetzt ehrlich gesagt nicht so der Hammer ist, ist das Setra S2150OL-Schaltgetriebe-Skript. Das verzeiht eben sehr viel. Das ist genauso wie im ETS. Das verzeiht dir alles. Im ETS kannst du machen, was du willst. Da kannst du den Gang reinmachen. Kupplung... Und das funktioniert. Du kannst den siebten Gang reinmachen. Oh, es fährt. Nee, es ist wirklich so. ETS ist da nicht so der Hammer. Es hilft unglaublich. Der Setra nicht. Und auch der Volvo zum Beispiel. Für den Volvo 9900 gibt es auch ein Schaltgetriebe-Skript. Das ist auch nicht so der Burner. Aber, wie gesagt, die O400... Also vom Perotinus-Skript. Also da hat er echt gute Arbeit geleistet. Die können euch da echt helfen, weil ich habe zum Beispiel gemerkt, ich... Dann machst du das irgendwann voll nebenher. Ich muss aber eine Anekdote erzählen. Und zwar, ich bin da Omzi 1 Kind. Also ich bin da seit Omzi 1 dabei. Mal von 0 Euro bezahlt. Ich bin da mit Omzi 1 eingestiegen. Und damals war ja die Auswahl an Schaltgetriebe-Bussen. Vor dem Setra S915 OL und vor dem O300 5 Add-on. Ich will jetzt nicht sagen spärlich, aber eigentlich quasi nicht vorhanden. Was machen die da? Doppelspurgeschleiche. Darf ich den mal schieben? Schieben. Ah gut, das funktioniert. Ähm, da war die Auswahl davor an Schaltgetriebe-Bussen sehr mangelhaft. Und der erste Schaltgetriebe-Bus in Omzi, den ich je gefahren bin, das ist voll lächerlich wahrscheinlich, war der Solaris Ubino 10, also der von, also dieser alte, der Omzi 1 Solaris, mit einer Schaltgetriebe-Mod. Und ja, es gab den Ubino 10 mit einer Schaltgetriebe-Mod. Ist bestimmt auch super realistisch. Ähm, das ist, musst du dir vorstellen, ist einfach halt so ein Stadtbus, wie so ein Citaro zum Beispiel, mit Schaltgetriebe. Ja. Sehr realistisch. Hm. Ich weiß nicht, bestimmt ist einer, der sagt, es gibt aber halt mit Schaltgetriebe. Ja, aber es ist halt einfach nur mal ein 95, 99% der Fälle halt eben nicht üblich. Und deswegen, also das war wirklich mein erster Bus, der war vom Schaltgetriebe her natürlich super erbärmlich. Aber, wozu das eben ganz gut ist, ist nebenher versuchen, die Spur zu halten. Also, das ist, muss ja nicht nur diese Fußarbeit sein. Ähm, ist natürlich später recht wichtig, dass du jetzt nicht, dass du halt das Gefühl im Fuß hast, dass du jetzt nicht das Ding abwirkst, sondern, was eben auch sehr wichtig ist, ist das, was du vorher angesprochen hast, mit dem, dass das nebenher funktioniert. Richtig, so Spur halten und gleichzeitig schalten und auf die Straße gucken und vielleicht noch hier und da. Das andere Fuß noch einsetzen, die andere Hand hier am Schalthebel zu haben und einfach was zu machen. Dafür gab es bei mir dann zum Teil einfach auch den Automatik. Oder für zum Beispiel eine Frau, die hat mit mir zusammen Fahrschule gemacht, ja, die war im vierten Monat schwanger und sollte ihren Führerschein dann trotzdem noch haben, damit sie auch zum Arzt fahren kann. Und sie hatten aber nur einen Automatik und dann hat der Fahrlehrer einfach gemeint, okay, dann skille ich dich jetzt erstmal auf Automatik, dann brauchst du auch nicht so viele Fahrstunden und dann bist du noch vor dem Entbindungstermin fertig mit Führerschein. Ja, gut. Und hat halt nebenher noch Theorie gemacht und so, aber, genau. Boah, kann man alles machen. Kann man machen, muss man nicht. Aber ich kann jetzt auf jeden Fall einen Automatik fahren und einen Schaltgetriebe. Ja, aber ich denke mal, das geht man schon auch echt hin. Ich denke mal, das auch um sie als Automatik-Fahrhilfe, weiß ich nicht. Wurde ja auch im Laufe der Zeit eigentlich wirklich alles wesentlich besser. Das ist ja gegen Anfang. Ja, du hast ja gesehen, wie ich angefangen habe zu fahren. Ja, vor allem auch gegen Anfang waren die ganzen Skripts alle noch so mittelmäßig. Aber mit der Zeit, dadurch, dass jeder so ein bisschen seinen Senf dazu gibt, und auch Morphe hat natürlich sehr viel dazu beigetragen. Welcome to España. Finde ich das echt cool, in welche Richtung sich auch so das mit den Getriebeskriptschen entwickelt hat. Und das macht auch echt einiges her. Ist ja hell hier. Ist ja hell hier. Ich habe aber kein Licht an. Aber schick. Also das ist es auf jeden Fall. 100%ig neuer Kartenbereich, dem wir wahrscheinlich schon seit einem halben Jahr sind. Aber auch die Vegetation finde ich cool. Also generell, egal in welchem Spiel, der gute Eindruck steht und fällt mit einer schönen Vegetation. Das stimmt. Finde ich. Wenn die Vegetation ansprechen, ist gut, dass das auch natürlich ein Glanzbeispiel. Aber hey. Also irgendwie kommen wir jetzt nicht so vorwärts, gell? Ich stehe gerade voll auf dem Gas, aber es halt nicht da. Wobei du wirst sehen, wenn wir in Spanien sind, ähm, ja gut, es sind nicht viele Teile von Spanien, so... Ja, das stimmt schon, aber ich denke, das reicht so durchaus. Ja, aber hier zum Beispiel genau das. Du hast in Spanien, du hast schon Felder, aber du hast auch ziemlich viel... Bewässerung. ...weiß, was so heiß ist, weil... Bewässerung? Ja, aber selbst da, also in Spanien ist es sehr trocken, muss man dazu wissen. Je nachdem, wo man hinkommt, Barcelona ist ganz ordentlich, aber, ähm, es gibt zum Beispiel Regionen, du hast zum Beispiel das fruchtbare Murcia, das ist so ein, wir würden sagen Bundesland, ähm, das heißt, Murcia und dort bauen sie relativ viel an, aber du hast dann halt auch wieder Gegenden, merkst du auch dort, äh, wenn es mal nicht regnet, dann... Ja, und dann sieht es da halt so sehr trocken aus. Wieder unten in dem Tal. Ja, und du hast auch zum Beispiel in der Sierra Nevada ganz viele angelegte Stauseen und nicht nur da, überall wo, Spanien ist ja auch ein sehr bergiges Land, überall wo du, äh, Möglichkeiten hast, ja, die Pyrenäen liegen zwischen Frankreich und Spanien. Fahren wir gleich auch mal lang. Ich glaube, da müssten wir schon... langsam trinken. Vom Platten die Karte so lang. Ja, wir sind jetzt... Ah, wir fahren wahrscheinlich dann komplett so... Wir sind jetzt durch die Pyrenäen durchgefahren, sind wir schon fast durch. Wir fahren dann aber bei Barcelona, habe ich gar nicht gewusst, machen wir vielleicht mal ein Licht an, jetzt auch wobei... Guck mal, dieser Tunnel, das ist ja heller erleuchtet als so eine Kathedrale oder so. Cathedral, äh, was nennt ich Cathedral? An einen richtig guten Cheddar. An Käse. Cheddar ist lecker. Ich muss ja dazu sagen, früher hat mich Cheddar, egal wo, ob es jetzt bei... einer großen, nicht deutschen Kette, die, äh, Sandwiches anbietet, ähm... Ich soll keine Marken sagen, ähm... Hat mich früher so die, diese künstliche Farbe mal abgeschreckt, weil ich gedacht habe, oh, das ist voll künstlich, ich bin voll ekelhaft, das ist so... Es ist nicht künstlich. So ein Kinderkäse, so... Keine Ahnung. Ich hab echt gedacht, das wäre so ein Kinderkäse, der hat einfach... Cool. Und auf einmal waren wir alleine. Ähm... Genau, hab ich jetzt vor der Kinderkäse, aber mit der Zeit lernst du halt, äh... Der sieht wirklich so aus, je nachdem, was es für eine Sorte ist. Eben, es gibt den, der mit viel Beta-Carotin oder sowas so ein Mist ist, aber es ist halt eben nicht Kinderkäse extra gefärbt, sondern der Käse ist einfach so... Und auch geschmacklich hat der nichts mit Kinderkäse zu tun. Ein bisschen gefärbt, aber... Beta-Carotin. Ja. Karottenfarbe. Ja. Es sei denn, du nimmst den hellen, gib auch den hellen. Genau. Ja, aber geschmacklich hat absolut nichts mit Kinderkäse zu tun. Ich hab immer gedacht, ihr kennt doch diese Sandwich-Scheiben, die du nicht im Kühlregal lagern musst, sondern die du... Ach, wir haben folgendes Ende. Äh... Dann würde ich sagen, darüber philosophieren wir doch einfach in der nächsten Folge und bis dahin. Macht's einfach gut. Schaut noch einen schönen Tag. Jetzt schaltet absolut keiner ein, weil dir das Thema uninteressant wird. Ist egal, wir machen es trotzdem. Macht's gut. Bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.